Na, wie sieht's aus? Habt ihr auf den großen Wurf im Goldpreis und Silber gehofft, nachdem der US-Notenbankchef Jerome Powell in Jackson Hole gesprochen hat? Tja, das war aber nichts. Eine recht öde Vorstellung nach dem Motto, wir halten uns maximale Flexibilität offen, ohne uns jetzt schon konkret festlegen zu müssen. Kann man verstehen aus der Nähe der Sicht, doch für die Marktteilnehmer war das natürlich wenig aussagekräftig. Schauen wir uns die Ist-Situation in den Edelmetallen an und schmieden gemeinsam einen Plan. Ich blende noch kurz die Risikowarnung ein und dann geht's sofort weiter. Wir starten fix mit dem Stundenchart im Silberpreis, so wie wir auch das letzte Mal begonnen haben, im Gold- und Silber-Video. Wir hatten ja gesagt, solange wir hier nicht nachhaltig über den Bereich von 23,82 Dollar drüber steigen, also solange wir hier keinen bullischen Aufbau inklusive des Übersteigens der 23,82 Dollar sehen, ist dieses bärische Szenario seit dem 20.07. immer noch intakt, beziehungsweise solange wir auch hier natürlich nicht über den Beginn steigen, also über die Marke von ungefähr 25,25, das ist soweit klar. Das ist jetzt auch nicht passiert und ich hatte ja schon gesagt, das ist aufgrund dieses gesamten Aufbaus, den wir hier gesehen haben, auch überhaupt kein Problem, dass wir jetzt hier so weit gestiegen sind, dass wir uns auch momentan so ein bisschen aufhalten. Denn solange dieses bärische Szenario, wie gesagt, hier im Stundenchart aktiv ist, halte ich es durchaus für möglich, dass wir zunächst einmal in Richtung dieser 22-Dollar-Marke nochmal runterfallen und dann auch gegebenenfalls tiefer. Aber ich würde sagen, das kann man jetzt natürlich spekulativ probieren und irgendwie hier über diesen Bereich stoppen, aber man kann auch durchaus sagen, ich warte hier auf einen weiteren bärischen Aufbau oder ich gucke dann im 15-Minuten-Chart, das gucken wir uns gleich einmal an, dort nach einem bärischen Aufbau, um mich dann zu orientieren und lasse jetzt erstmal die Finger hier von dieser Seitwärtsphase, finde ich absolut legitim. Was sieht, das ist erstmal so diese bärische Part, da kann man wie gesagt ganz kurz und knapp machen, das haben wir auch schon das letzte Mal besprochen im letzten Video. Wie sieht es mit der bullischen Situation aus? Hat sich da jetzt irgendwas getan? Ich hatte ja schon das letzte Mal gemeint, wir sind zyklisch betrachtet in einer recht ungünstigen Situation, was so einen möglichen bullischen Aufbau anbelangt und daran hat sich auch leider nichts geändert. Also wir sind immer noch zyklisch betrachtet, momentan irgendwo im Nirgendwo. Ja, er ist gestiegen, aber es fehlt der Abschluss des Aufbaus, es fehlt die Korrektur, es fehlt der Ausbruch aus der Korrektur. Also alles, was man so braucht, um wirklich jetzt nicht irgendwo einfach hineinzuspringen blind links, sondern sich ordentlich vorzubereiten, das fehlt alles noch. Dementsprechend bin ich hier auch zurückgehalten. Wenn das kommt, kein Problem, ich bin ja auch gar nicht irgendwie stur bärisch unterwegs oder so, aber ich brauche eben die Grundlagen, also hier nach so einem Anstieg, ohne nennenswerte, sinnvolle zyklische Korrektur danach hier reinzuhüpfen, das finde ich irgendwie Unsinn, habe ich keine Lust, mich vom Markt irgendwie stressen zu lassen. Und da schauen wir uns auch gleich nochmal den etwas kurzfristigeren 15-Minuten-Chart an. Und hier hatte ich das letzte Mal gesagt, dass hier dieser bullische Aufbau seit dem 15.8. durchaus tradbar war, also auf kurzfristiger Ebene. Ich meine typisch Sommer, da fehlen so Stunden, H4, Daily-Chart eher raus und dann kommt vor allem der M15 dort gut zur Geltung. Und zumindest für Swing-Trading, das Kurs, sie wurde auch erreicht. Wir sind ja hier über diese Marke von 23,83 beziehungsweise über die Marke 24 Dollar drüber geklettert. Und da hatte ich zwei Dinge gesagt. Zum einen, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir nochmal in Richtung dieser Marke 24,16, 24,20,30 irgendwo nochmal hochsteigen. Das ist auch passiert in der Zwischenzeit jetzt diese Woche. Und dass ich dann aber, bevor ich mich auch hier noch frisch bullisch positionieren möchte, dass ich auch hier eine entsprechend zyklische korrekte Korrektur auf mittlere Trendebene sehen möchte. Das heißt, bearischer Aufbau plus Fake-Ausbruch und dann geht es wieder in Richtung Norden. Das ist einfach das, was ich will. Wenn so ein bullisches Kursziel erreicht worden ist, dann muss eben auch mal so eine zyklisch korrekte Korrektur dann kommen. Das ist einfach mein System. Und das ist momentan noch nicht passiert. Es gibt einen kleinen neuen frischen bullischen Aufbau. Genau, da kann ich mal näher heranzoomen, wer das jetzt unbedingt kurz vor SICK verfolgen mag und sich darauf einlassen möchte auf das Spiel. Wir haben hier seit dem 25.08 einen kleinen Aufbau gesehen. Da ist auch schon Ausbruch passiert. Und das mögliche Ziel, das definiere ich hier bei ca. 24,87, 24,88 Dollar. Aber vom Chancen-Risiko-Verhältnis, das sieht jetzt hier nach einer relativ weiten Strecke aus, bis hier in diesem Bereich, aber vom Chancen-Risiko-Verhältnis, also dort, wo ich stoppen würde, irgendwo im Bereich dieser 23,98 Dollar ungefähr, oder meinetwegen auch unter dem Tief hier, unter 23,89, das macht dann vom Chancen-Risiko-Verhältnis keinen wirklichen Sinn mehr, auf dem aktuellen Niveau da jetzt reinzuhüpfen. Da kriegt man nicht mal ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 hin und das ist natürlich echt lächerlich. Da habe ich keine Lust, mich darauf einzulassen. Also ein Chancen-Risiko-Verhältnis von mindestens 2 zu 1, das sollte schon drin sein. Häufig haben wir auch hier schon unser 3, 4, 5 oder mehr gesehen. Ja, momentan ist ja einfach da gar nichts. Wie sieht es aus mit dem bärischen Aufbau? Ja, da hockt man aktuell so in der Seitwärtsphase drin, die jeglichen bärischen Aufbau auch schon immer wieder zerstört hat. Also da ist momentan auch noch nichts Frisches zu sehen. Hier könnte sich jetzt aktuell etwas aufbauen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Also ich denke, das ist eher was für kommende Woche. Ihr merkt schon, je weiter wir uns so Ende des Sommers zu bewegen, desto interessanter wird es auch wieder. Ja, aber das ist dann nochmal so richtig zähflüssig. Ja, das ist so ganz typisch. Wenn ihr euch mal die Videos der letzten Jahre auch anguckt, immer in diesen Bereichen, da habe ich auch mal dasselbe erzählt und da haben wir dasselbe gesehen, dass es immer dann nochmal richtig zäh wird. Und ja, irgendwann dann so September, Oktober, kommt dann langsam wieder so richtig Schwung in die Bude. Momentan ist es einfach noch nicht der Fall. Da brauche ich euch heute auch nicht irgendwas verkaufen wollen. Hier nach dem Motto, ja, jetzt ist hier der große Ausbruch. Ja, ist einfach Quatsch. Das müssen wir nicht haben. So, also wir fassen für Silber nochmal zusammen auf dem Stundenchart. Also so mittel- bis langfristiger Anlagehorizont. Ich klicke nochmal rüber. Uns fehlt es hier an einem frischen, bearischen Aufbau. Wir sind immer noch im bearischen Trend drin, den wir seit Ende Juli gesehen haben. Also da würde ich jetzt erstmal nichts dran rütteln. Für die bullische Seite fehlt es uns hier an einem abgeschlossenen Aufbau plus Korrektur plus Ausbruch. 15-Minuten-Chart, also kurz- bis mittelfristiger Anlagehorizont. Da sind wir stabil noch bullisch unterwegs, bräuchten aber mal eine sinnvolle zyklische Korrektur auf mittlerer Trendebene plus Ausbruch. Also Korrektur, Fake-Ausbruch und dann Ausbruch in die richtige Richtung. Ist noch nicht da. Was frisches Bullisches finde ich auf diesem Niveau sinnfrei. Und was frisches Bearisches sehen wir leider aktuell noch nicht. Wer sich noch bearisch positionieren möchte, ich denke das Ganze ist begrenzt hier nach oben hin. Bei der 24-47 ist natürlich ziemlich spekulativ, weil es hier noch keinen frischen bearischen Aufbau gibt. Das Ganze basiert jetzt wirklich bloß auf diesem Verhalten von seit dem 2.8. Da muss man schon überlegen, ob man das durchziehen will. Aber ich will es nicht unerwähnt lassen. Und das Ziel wäre hier vorher vollläufig Ziel, im Bereich der 22.13 bzw. 21.92 zu finden. Das zum Silber. Gehen wir mal in den Goldpreis hinein. Tageschart, nichts Neues. Wer da nochmal was wissen will, dann bitte nochmal ins letzte Video reinschauen. Das ist ja hier oben auch verlinkt. Da hört ihr nochmal was zum Tageschart. Will ich euch jetzt nicht eure Zeit stehlen. Das ist einfach nicht wert, der Tageschart. Gucken wir in den 4-Stunden-Chart. Und hier sahen wir einen immer wieder großen Versuch, hier irgendwie diesen bearischen Aufbau weiter fortzusetzen. Da hat sich aber noch nichts Neues ergeben. Noch keine neue Range, also noch kein abgeschlossener bayerischer Aufbau plus Erholung plus Ausbruch ist nichts da. Und rein zyklisch betrachtet dürfte das jetzt auch nicht der Fall werden. Also entweder wird Folgendes passieren, wovon ich nicht ausgehe, dass wir noch in weiteren Steps, hier weitere Treppenstufen in Richtung Süden laufen, sich dann eine Erholung auftut und dann ein neuer Ausbruch. Glaube ich aber nicht. Dafür dauert jetzt dieser Aufbauversuch schon viel, viel zu lange. Was ich mir durchaus vorstellen könnte, wäre, dass wir hier nochmal in eine Korrektur gehen. Irgendwo in diese Bereiche zwischen dem 21.8. und den Hochs vom 28.8. Dass wir hier nochmal irgendwo hinkorrigieren. Auch nochmal mit leichten Treppen hier vielleicht so einen kleinen bullischen Aufbau versuchen. Plus Korrektur wird alles ein bisschen dauern. Das ist jetzt hier nichts von heute auf morgen. Und dass wir dann in Richtung der 2.000-Dollar-Marke, 2.500-Dollar-Marke hochlaufen. Das heißt also, ich denke, dass wir in den nächsten Wochen hier durchaus die Chance bekommen könnten, wenn wir über diesen Tees vom 21.8. bleiben, hier in einen bullischen Aufbau reinzukommen, uns erst einmal in Richtung 2.000-2.500-Dollar hochzuarbeiten und zu orientieren. Und dann zu gucken, okay, bekommen wir hier die Chance auf einen bearischen Einstieg, wo wir dann in Richtung der 1769er-Marke runtertraden können. Das wäre ein sehr, sehr interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis. Und können parallel unseren bullischen Aufbau, den wir hier verfolgt haben, vielleicht auch die bullische Positionierung, beibehalten und dann einfach gucken, wer setzt sich durch, wo gibt es die ersten Gegensignale. Das wäre eine sehr, sehr komfortable Situation. Unten long, oben short. Aber das, wie gesagt, 4-Stunden-Chart, ich denke, das wird Wochen in Anspruch nehmen. Bloß mal so, was so den Anlagehorizont in so einem Timeframe anbelangt mit der Trendfolge. Aber wie gesagt, dann rund um die 2.000-2.500-Dollar-Marke wird es dann sehr spannend, was die bearischen Neupositionierungen anbelangt. Und deshalb würde ich auch hier gerne nochmal in den kurzfristigen Rahmen reinschauen, weil es sich da bis nächste Woche durchaus interessante Situationen bieten könnten. Bevor wir aber in die kurzfristigen Sinne reinschauen, schaut mal in meine kostenfreien drei schnellen Trading-Tipps. Trading für euch nur gedacht. Die habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Also pausiert das Video kurz, meldet euch fix an und dann geht es weiter. Unbedingt alle Cookies zulassen. Das funktioniert das Google Capture nicht, also dass sich da kein Roboter anmeldet. Ganz wichtig und dann könnt ihr euch auch anmelden. Viel Spaß damit. Und nachdem ihr euch die Tipps gesichert habt, machen wir weiter im Text, wie versprochen, im 15-Minuten-Chart. Schauen wir uns mal an, die Ist-Situation, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, dass ich seit dem 17.8., 21.8. in diesem ganzen Aufstieg, den wir hier gesehen haben, hier ist jeglicher bullischer Ausbruchsversuch, ist immer wieder zerstört worden aus verschiedensten Gründen. Mal hat dann die Korrektur zu lange gedauert, hat einen gewissen Grenzwert überschritten. Mal hat sich der bullische Aufbau gar nicht durchsetzen konnten und dann wurde der Beginn wieder durchbrochen. Also alles so eine Dinge. Wir sehen es auch, hier habe ich jetzt diese Linie mal verschoben, wo quasi der nächste Anfang kommen könnte. Alles hier dazwischen auch immer wieder kaputt gegangen, alles sinnfrei, können wir alles vergessen. Und man sieht es ja auch, hier kommt ja auch nichts wirklich in Schwung in die eine oder andere Richtung. Es wird immer wieder alles zerstört, nach oben oder nach unten letztendlich. Was aktuell hier interessant ist im 15-Minuten-Chart im Gold-Chart, ist erstens, dass wir hier einen möglichen, frischen, bärischen Aufbau sehen könnten in den nächsten Tagen. Der ist aber auch noch nicht abgeschlossen, keine Erholung gesehen, kein Ausbruch. Ich weiß, es ist schon ein bisschen nervig, aber es ist einfach die Situation. Und was den bullischen Part anbelangt, denke ich eher ehrlich gesagt nicht, dass wir auf dem aktuellen Niveau irgendwas Frisches, Sinnvolles sehen werden. Also ich setze eher drauf, dass wir nochmal in die Korrektur runtergehen und sich dann etwas Frisches bieten könnte, wenn wir hier nicht unter die Tiefs vom 21.8. kommen. Also das heißt, auch für den Gold-Chart zusammengefasst, Daily-Chart, keine Veränderung. Vier-Stunden-Chart, keine wirkliche Veränderung, aber mögliche Aussicht auf einen bullischen Aufbau in den nächsten Wochen. Das wird spannend, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Und 15-Minuten-Chart, mögliche Aussicht auf einen frischen, bärischen Aufbau, aber noch nicht abgeschlossen. Einen bullischen Aufbau sehe ich jetzt momentan noch nicht auf kurzfristiger Ebene. Kurz- und mittelfristiger Ebene, ich denke, das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, also eine Korrektur in Anspruch nehmen, damit sich dort wieder etwas Sinnvolles bilden kann. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr sowas geduldstechnisch nicht aushaltet oder denkt, ah ja, muss es doch irgendwas geben und mit dem Kopf durch die Wand wollt, oder ihr hört auf diese ganzen Finanzjournalisten, die bei jener so einer Kerze hier den großen Ausbruch propagieren, damit sie irgendetwas schreiben können in ihren Finanz- oder Börsenblock. Wenn ihr das alles noch nicht so richtig seht oder euch davon zu sehr stressen lasst, dann solltet ihr ganz genau hinhören. Denn wenn du Trader oder Investor im Bereich Aktien, Rohstoffe, Währung oder Kryptos bist und vom relativ planlosen und glückabhängigen Abschätzen von Handelschancen in regelbasiertes, absolut objektives und stressfreies Analysieren wechseln möchtest, dann können wir dir helfen. Wir haben für jedes Erfahrungslevel die passenden Ansätze parat und können dich innerhalb einiger Monate voller Aha-Momente deinen Wünschen näher bringen. Meld dich unter www.sogetrading.de oder über den Link in der Videobeschreibung für dein kostenfreies Erstgespräch und lass uns schauen, wo du aktuell stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich schnellstmöglich dorthin bringen können. Weniger Stress beim Traden, mehr Work-Life-Trading-Balance, Soget Trading. Euer Peter Seidel I'm 29 and I find myself pondering I what did happen to the last 10 I ran away with my life fast forward Never turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? I can't believe it's true I can't believe it's true But one day I'll be yours again I can't believe it's true